Und damit seid gegrüßt meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Encladom zu einem neuen Netztest von der Gamescom 2021 online in die Arena Booth 2021 mit den Zwergfürst und wir spielen die Demo-Version von Doomst und das schon. Let's go, wir würden mal sagen starten wir rein ins Spiel, machen wir einen kurzen Prozess und legen los. Ich sah sie kommen. Ich habe alles über die Menschen vergessen. Ich wusste nicht, wie sie zu sprechen. Aber es war alles, was ich wollte machen. Stunden später. Es ist eine große Zeit für heute. Okay. Ein schneller Einfluss. Und da sind wir. Im Abenteuer. Point Mira. Okay. Was los, wo sind wir? Was tun wir? Make a scratch. Okay. So, wie lange hast du hier, auf der Island? Ich wünschte, dass ich es wusste. Aber es ist nichts. Ein großer Blank. Nichts. Das ist einigeres Blank. Oh, okay. Das ist einigeres Blank. The rogues. Ich liebe die sound of that. Josh. Oh, no, sorry, I was just saying your name out loud. Why? To see if I sound like a crazy person. A crazy person? Well, do I? What? Sound crazy? Not at all. Then again, maybe you're just crazy too. Why don't we start right there? Start with what? Start looking for you. We might find something about you in there. You want to find out more about me? Yeah, why not? Okay, see what I want. And maybe it'll help me remember, right? Yeah, let's investigate the shit out of this. Aha, okay, just a little bit. I think we should go there. Holmeswood Cottage. Okay, we can't read the books. We can't read the books. Drogues, come on. You must have loved boats. Okay. Whee! Okay, we can't do anything. This is the book of Terrence. The book of Terrence? Is that a secret Bible I don't know about? It's code. For what? For this. This is the cookbook of Terrence, who used to live here. Oh. Uh, no. Okay. We can't read the book of Terrence. No, I can't read it. Okay. Then we'll stay on the way. We can't read the book of Terrence. We can't read the book of Terrence. Okay. We're the man who used to live here. And we're... Or we're the Reignies. We're the Reignies, who used to live here. The man is... The man is the... The man is the... The answer is. It makes more sense. Cordelia. I don't like that name. You know... Okay, the one is the 1st. Okay, the one standing for my school. House of Ivy. Okay, we have sketched. What's a Willow-ism? School essay. Yeah, who wants to read it? Let's read it briefly. da was machen Ok, hier geht der Pfad weiter Hinten zum Tor 0 und 2 Importante Information von uns Ok, wir müssen auch ein Schlüssel suchen wahrscheinlich Ein Buch Buch end Ok Oh, das ist keine wichtige Sache. Beatrice Parker. This must have been her office. Okay. It's locked. There is a key, surely. Somewhere in here. Another key we have to find. We have to find out. 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 There must be something in the table. We have to find out. 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 Wo finden wir einen Key? Logischerweise drückt es drinnen in der Schule. Ich gehe erstmal zurück. Mit dem Haus. Vielleicht wird man dort etwas. Und für dich kann ich bestimmt. Hier, hier machen. Hier, hier kommen wir nicht lang. Hier kommen wir nicht sehr auf dem Drücken. Das ist mir die Schabe. Ziemlich schade. Ziemlich schade. Hier. Endschlüsse müssen wir finden. Hier irgendwo. Ich finde den Schlüssel einfach nicht. Das Buch können wir uns angucken. Also, jetzt. Weich guck dir jetzt. Zuhause. Klasse. Da hab ich ja noch mal Unterricht. Ich bin der. Okay. Das macht keinen Sinn. Ich bin schon noch mal zu untersuchen hier. Tja. Hier gab es noch ein Buch. Hier war das Buch. Aha. Ok. Devil is Spawned. Ok. Ok. Macht das irgendeinen Sinn oder? Letztendlich müssen wir dann durch das Ton da durchkommen. Und dann noch zwei wichtige Informationen zu finden. Don't leave yet. I'd love to know more about this place. Please. I can't do it myself. Dann müssen wir los. Vier dann über ihren eingepernen. ... Aber hier comment hier gibt es wenn man? Okay, können wir noch nicht lang. Wir müssen noch zwei Hinweise finden. Bevor wir weiter können. Aber wie? Wir haben schon alles untersucht. Was willst du noch wissen? Das hast du schon gelesen, oder? Tja. Gibt es noch Sachen, die wir nicht gefunden haben? Mit der Schule vielleicht? Die Bücher hier weiter untersuchen. Tja. Das ist aber keine wichtige Sache. Ja, hier. Oh, okay. Welch, was haben wir hier? Da haben wir einen Schlüssel. Den können wir doch mal mitnehmen. Ja, okay, haben wir vielleicht noch den nächsten Hinweis, wenn wir übersehen haben. Oh, du, was wichtig ist, das war. Ach, okay, jetzt haben wir da mit dem Schrank, okay. Jetzt haben wir hier den Schrank mit geöffnet. Sehr schön. Ah, und da haben wir eine zweite Information. Sehr schön, jetzt können wir doch bestimmt... Ah, sehr schön. Also, die Kräun-Familie, erzähl mir über sie. Sie leben in der Schlüssel. Sie leben in der Schlüssel. Die Mutter und die Mutter kamen jeden Sommer. Sie wissen, sie? Cordelia Kräun und Nora. Der Vater, der... Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Geist. Das? Kräunstern. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Geist. Das ist, äh... Ich bin Riley. Das ist, äh... Na, hier ist Josh. Du kannst ihn nicht hören. Du kannst ihn nicht. Du kannst ihn nicht sein. Du kannst ihn nicht sein. Wieso? Du kannst ihn nicht sein? Du kannst ihn nicht sein. Na, da war ein Schrank. Nein. Was? Ja, warte. Wo bist du? Ähm... Das war röd. Und wo ist sie viel weit weiter? Und wo ist sie viel weit weiter? War das ein Geist? Du bist nicht Angst, oder? Na ja, ich habe noch nie einen Geist gesehen. Du bist ein Geist. Ich kann mich nicht sehen, kann ich? Du bist wunderschön. Aber warum ist sie einfach so ein Geist? Weil... Du bist vielleicht die erste Menschheit, die sie seit Jahren gesehen hat. Ja, ich weiß das. Okay. Du hast nicht Angst, als wir uns zu treffen. Nein. Du hast genug Angst, für uns beide. Was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott. Das ist so unglaublich gauig. Was? Diese Beach? Und die Sea. Es ist schön. Nein, schön ist nicht eine gute Worte. Es ist ein Geist. ESCHFTAKE- Es ist Wondrous. Orinspiring. Monumental. Nein. Du bist Leid. Er Пон式ärke beanistes. Ich liebe Lev. Es ist so schnell alt. Das ist großartig. Das ist großartig. So many boats up here. Das ist großartig. They must have loved their boats here. Oh wait, this is where that old woman lived. The tragedy, she lost her entire family to the fever, husband, and all three girls. Oh, that's horrible. No. So, um... Joshua... Joshua, is that your real name then? I guess so. I think I like Josh better. Me too. Who called you Josh? Everybody did. No one called you Joshua, my dad. Your dad? That's insane. You remember things? Slowly, but still. You must have to say something. You must have to say something. It's hot. But let's open the door. Aha. Let's do it. Let's do it. There's no one else out here. There's no humans, I know. But I thought they'd be, like, you know, foxes. Animals. Oh, you're right. There's nothing. Except for those seagulls. I think I've heard boars, though. What about... Deer? Haven't seen those. I wish there were... Bobcats. Bobcats? I like bobcats. Gorgeous, fierce creatures. But I want squirrels in the trees. What about mice? Sure, mice. But then we need cats. And dogs. No, I hate dogs. Hmm, Nasserin. Jetzt ist Twitter offen. Jetzt ist nicht mehr Stress auf Twitter. So you draw? All the time. It's what I love best. I thought you loved words. I do love words. Doesn't mean I don't love drawing. I like how they work together. Words and images. I have books and books filled with them. I have one with me right now. I know. I've seen you use it. Yeah, about that. Could you maybe, like, try not to look at what I'm writing? It feels wrong. I know. I don't know how not to look. I can't look away. Wait, do you hear that? No, what? A child. She's coming this way. I don't hear anything. Why can't you hear it? Are you sure? Yes, I'm sure. Oh, fuck. What's that? Oh, ha. Oh, ha. What the fuck? Come on, honey. I want to drink this tea while it's still hot. Mom, did you know that Rebecca from the grocery store has seen a willow whiff? Has she? Have you ever seen one? No. Cheese or haddock sandwich? Cheese, please. Just, maybe daddy's turned into one. A willow whiff, like. Now you know that's not true. Daddy left. I know it's hard, but we have to accept it. Just maybe is all. I asked Miss Jessup about willow whiffs. But she said they're poppycock. She said there are no such things as ghosts who dripped along the marshes. And the sooner I let go of such romantic notions, the better. Ha, ha, ha. Well, she might be right about that one. Riley? Riley? Are you okay? What the hell just happened? Ah, ha, ha. Mike, Johnny. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. This is the Luft-Demo. Thanks for playing. Ja, dann würde ich mal sagen, Danke fürs Zuschauen, Habs noch einen Video für's durch den Tag und wir sehen uns in der nächsten Demo-Version, im nächsten Netzt-Test wieder. Bis dahin, haut da rein, Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017